Gibt hier Gras, was ins Gebäude rein wächst. Das haben sie immer noch nicht beseitigt. Gras, Wuchs, Bugs. Okay, jetzt gehe ich hier. Oh, scheiße. Jetzt muss ich mal das Zeug essen, was ich hier habe. Hm, was denn? Weil jetzt ist bei mir doch immer rot. Ja, es darf ich nicht hören. Wenn sich hier steht, dieses Tapeband, was ich gefunden habe, dass man das irgendwie mit Klamotten kombinieren kann. Geht in der Beschreibung. Vielleicht kannst du dann doch Hosen nehmen, als Verband. Hosen, Tapeband drum, Verband. Oder kannst du dann die Säcke rankleben irgendwo? Sack am Sack. Ja. Das glaube ich dann wohl eher nicht. Du hast einen Sack am Sack, Alter. Was? Du hast einen Doppelsack. So, ich bin wieder satt. Ich habe keinen Durst mehr. Du hast einen Sack. Einen Rucksack, ja. Nicht? Du hast keinen Sack. Oh, oh. Da wurde nicht mit Tesa befestigt. Liebe Zuschauer, bitte reagiert nicht auf dieses... Nein. Nein, ich sage nichts. Nur ruhig. Na gut, Alpha. Ich habe dich das früher schon immer mal gefragt. Erzähl mal einen Witz. Hm, Witz. Da muss ich jetzt erstmal raussuchen, da YouTube geeignet ist. Oh je, das ist schlecht. Äh, Onkel, ich sehe die Tanke. Welche Tanke? Die da ist. Ich weiß. Ich bin an der Tanke schon lange vorbei. Ich weiß ja nicht, wo ich langlaufen muss. Ich glaube, ich muss, war es auch recht, ne? Ja. 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 Ich bin da, wo ich beim letztes Mal war. Wie? Da bin ich. Wo ich 5000 Mal an der Tanke vorbeigelauscht bin, weil ich andauernd gestorben bin. Ich werde mal einen Ortsschild sehen. Das wäre halt mal praktisch. Wie mal in die Tanke rein. Wo ich das finde. Pass auf, auf einmal liegt da eine Panzerfaust drin. Ich bin jetzt hier auch an einem Leichtturm. Ach, ich habe es gefunden. Irgendwas liegt hier. Aber jetzt fällt es nicht an. Oh, Alter, sind das low. Jetzt habe ich gerade den Felsen. Scheiße. Nur ein Base Cap. Ich habe den Felsen von Cerno vor mir. Ja, Moment. Ich bin gerade noch in diesen Gebäuden hier. Ich brauche was zu futtern. Ich brauche zufällig ein Base Cap. Äh. Da bist du schon um Cerno rum? Nein. Ich habe den Base Cap trotzdem mal mitgenommen. Wie gesagt, ich bin in diesen Gebäuden da, wo das Krankenhaus ist. Was kostet denn der Sprit so? Ja, okay. Ah. 24,99, preisgünstig. Was ist das überhaupt für Preise? Sind das noch tschechische Kronen? Oder sind das russische Ruri? Oder... Das interessiert mich jetzt irgendwie. Ich bin nicht neu geworden. Also, ich stehe jetzt gerade zum Schild. Wenn ich nach links gehe, ist es TINRA, oder wie es heißt? Was? Jo. Nee. Nicht dein Ernst. Ja, wenn ich gerade rausgehe... Conhay Ibieden, oder wie es heißt. Er ist bei TINRA. Weißt du, wo TINRA ist, Onkel? Ja. Ganz rechts von der Map. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das ist TULGA nennt sich das. Das ist rechts neben, ähm, KAMI, KAMI SHOWO. Ja. Und dann hat es nicht irgendwas, wo du runter springen kannst. Nee, nee. Weißt du, das ist rechts neben, ähm, nicht KAMI SHOWO wird's oft ausgesprochen, aber es ist KAMI WOBO. Also, du brauchst, warte ich nach, äh, du wirst, dass das Wasser links von dir ist. Musst du lang laufen. Dann kommst du nach KAMI WOBO rein, dann kommt irgendwann Elektro. Ich hab jetzt sicher ein Problem. Du hast gesagt, du siehst... Weil du bist bestimmt weit weg vom Strand, oder, Crazy? Wer? Der Blue? Oder ich? Der Crazy Blue, oder was? Du, Crazy? Du, Crazy? BAH! 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 Ich werd verwolgt! Ich werd verwolgt! Ja, weil ich jetzt rechts, rechts gehe, gehe ich nach KAMI WOBO. Nicht blute! Du musst doch von KAMI WOBO weg, ne? Oder doch? Das Wasser links von dir ist Blue. Ja, das Wasser ist links. Da kommst du in der Kamibobo rein. Crazy, du bist ein Affe. So. Ja, weil ich nicht weiß, wo du bist. Du hast gesagt, du bist an der Tankstelle, aber du hast auch keine Tankstelle. Ich hat einer gehauen. Und zwar bin ich in Janobock. Hä? Janobock. Was? Ich muss mein Tüter da aussuchen. Ach du Schande, jetzt verrecke ich auch noch, weil ich Hunger habe. Ich finde hier einfach nichts zu essen. Ich habe eine scheiß Dose, aber ich kann hier nicht aufmachen. Dann komm zu mir. Ach, das ist nackig. Ich mache jetzt gerade da hoch, wo die ganzen Leichen lagen. Ich glaube, mein Tüter hat ausgezogen und das ist weg. Ja, du musst ein Stück warten, dann ist es wieder da. Mal gucken, ob es was bringt. Hast du schon rot, ne? Was habe ich? Hast du schon rot, ne? Doch, es ist gerade rot geworden. Vielleicht das gleiche Problem wie die Dome. Ich glaube, ich bin hier durch drei riesen Wohnhäuser und da gab es nicht ein, was zu essen drin ist. Also, du bist ja auch ein Tschernow. Ich laufe gerade den Feldweg hoch zu den Leichen. Ich bin in einem Industriegebiet gerade. Keine Ahnung. Ich muss mich jetzt erst mal um Alpha kümmern. Und ich sehe Hochhäuser. Hast du die rechts von dir, die Hochhäuser oder links? Wenn ich den Bahngleisen folge, links praktisch. Links oben. Ja, dann bist du hier irgendwo neben Tschernow. Dann sind wir gerade aneinander vorbeigelaufen, weil du nicht am Strand warst. Ich bin der Straße gefolgt. Ja, dann sind wir aneinander vorbeigelaufen. Hier ist ein Bahnhof. Und wo kommst du an? Und der heißt... Ähm, vom Rohbau. Bist du schon noch rein? Tschöbobock. Nein. Ich bin gerade an der Tankstelle auf der Hauptstraße. Ich renne gerade zum Rohbau. Tankstelle? Oder eben war ja Tanken. Woher ist ein Tschernow? In Tschernow gibt es zwei Tanken. Ich bin beim Kran, beim Rohbau. Ich bin nach Weg. Da legt Blut um auch noch. Kann ich es mehr einstecken? Warum nicht? Die liegt dann so schnell, du kannst die Dose unten hin. Warte mal, verbinden. Kann man die Binden stacken? Nee, kann man nicht. Doch. Sechs Stück kannst du stacken. Ich habe vier und einmal zwei. Ich sehe dich. Sehen. Alfa. So. Ich denke, du bist beim Kran. Ich komme zu dem Zaun gerannt. Na ja, na. Na, wo soll ich jetzt langlaufen, Onkel? Dann leg ich hin, natürlich. Scheiße, bin ich auch noch krank. Weil ich verrottete Kiwis gefressen habe. Aber ich habe doch Hunger. Löst, jetzt mach die Dose auf. Brot für den Alfa. Hab ich schon aufgemacht. Ich bin an die Büterbahnhof. Ich muss gleich hinbacken. Wie, stehst du bei einem Güterzug? Hier ist ein Güterbahnhof, ein großer. Scheiße. Da ist ein Güterzug. Oder, was ist das? Mann, na mach hin. Ja, da steht ein Zug. Da müsstest du doch auf Ciano sehen eigentlich. Da bist du noch vor Ciano. Wo sind die scheiß Bix? Ich habe sie. Oh, Gott. Oh, Mensch, das ist alles verkleckert. Das ist gar nicht mehr drin. Fuck. Ich habe ein Zombie gesehen. Müssen wir abhauen. So, die Bix ist leer und ich da. Ne, gut, jetzt geht es. Jetzt ist orange. Okay, dann lassen wir uns noch schnell irgendwas zu essen finden. Jetzt habe ich Hunger, Durst und ich bin krank. Also. Jetzt habe ich dir gerade meine letzte Dosen vordergegeben. Ah, deins. Das war meine Dose. Stimmt. Du hast denn alles verkleckert? Ich weiß, dass gar nichts zu essen. Hey, was war denn das jetzt? Was denn? Du, du, du. Ja, hört das alles nicht, oder was? Nö. Wie sollen wir denn das hören, was du hörst? Du bist doch ganz woanders. Ja, aber warum geht das hier? Ich bin in Ciano. Ja, schön. Ja, war gerade so eine kitschische Stimme. Ich habe eine faule Orange gefunden. Und zwölf Gouge. Zwölf Gouge, Moni. Jetzt müssen wir erst meine erste Priorität essen. Essen für den Alphan. Ich habe eine faule Orange gefunden. Soll ich die essen? Nee. Siehst du das kaputte, siehst du das Gebäude, wo das Flugzeug reingeflogen ist? Hm, ja. Nee, ich meine crazy. Nee, ich bin... Ja, da musst du hin mit der Silvier. Gendis Eckhaus. Hier hast du eine Dose Sardinen. Ich nehme sie mal nicht, weil dann packt es nicht weg. Ja, ich nehme sie mal nicht weg. Blue muss ich auch denken, ey. Der packt ja alles weg. Ja, ich nehme sie mal. Ich habe mir leucht. Ich habe mir leucht gerade nur ein Fambi her. Na, klasse. Hier steht eine Pixie Spaghetti genau neben dem Klo. Scheiße geil, so. Ich habe so was zu fressen. Mh. Fellmütze gefunden. Auf der Quäse sich umzieht. Was ist das hier für eine Mütze? Eine Russenmütze. Bei einer wie Onkel letztens auf hatte. Warum setze ich mir jetzt auf? Also ich habe was zu essen einstecken, ne? Na, es ist so rangig gerade. Es tut mir nicht weh, aber das Problem ist, dass ich krank bin. Wenn einer hier drüben ist auch auf der kleinen Krankenhaus. Ich habe jetzt auch ein Messer. Ich habe Schmiedertape-Band gefunden. Ich habe meine Bandagen weg, toll. Ich habe verschwunden, da hat es Luft auf der Liste. Ich brauche ein T-Shirt. Bist du Alpha eigentlich? Ähm, in den Eckhaus. Äh, jetzt habe ich nur Rucksack. Immer noch. Ich bin aber gleich wieder draußen. Hosen. Oh, geil! Mit sechs Lotz. Ah, Alpha. Warte mal, was ich gefunden habe. Was denn? Medi. Brausetabletten. Vielleicht findet man ja jetzt ein bisschen was für dich. Brausetabletten. Ich habe eine neue Hose. Mit sechs Lotz und eine Armee-Hose. Cool. Brausetabletten. Ich bin täglich krank, ich habe keinen Schnuppen. Du bist nicht hin. Brausetabletten, Lars. Ich bin jetzt halt, dass du denkst, die an Brausetabletten. Neben dir, links, 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 links. Stopp. Eee. Ich weiß nicht, ob die Brausetabletten was helfen, irgendwie. Gegen Krankheiten. Ey, ich finde andauernd irgendwelche faulen Früchte. Es ist gerade wieder rot geworden. Bist du oben? Da war ich mit Helm rum. Nee, ich bin da unten drinnen. In dem Laden oder was das da ist. Man nennt mich auch. Man nennt mich auch Lord Helmchen. Lord Helmchen. Was hießt es denn jetzt eigentlich? Mal, das zerstörte Gebäude? Ja, ich war doch erstmal in einem großen Gebäude, hab das auseinandergenommen. Lass mich da erstmal ein bisschen, dass meine Energie wieder gut ist. Das geht jetzt wieder endlich. So, jetzt kann ich auch raus aus dem Chef, das Kaffee aus dem Gebäude. Wir müssen doch mal Richtung Krankenhaus, was? Ach, scheiße. Wo war denn das? Hier und der ist das Krankenhaus. Wenn ihr einen mit Helm seht und blauen T-Shirt ist, bin ich. Wenn du ein zerstörtes Gebäude siehst, da sind wir. Also tut mir leid, crazy. Ich schlage trotzdem hinzu, ich verkenne mich gerne Farben mehr. Achso, du bist ja voll im Arsch. Da musst du schon was besseres einfallen lassen. Ja, aber ich hab einen Helm auf. Nee, ich auch. Oh, fuck. Ich hab aber nichts gedrückt. Das ist jetzt wieder dieser Bug, den ich da irgendwie... Und zwar bin ich hier bei dieser komischen Statue, wo... Wo drei Männer es hier sind. Auf der Statue. Da hinten bin ich. Dann müsstest du ja auch das Gebäude sehen, was zerstört ist. Könnt weiter loben. Das ist ja krank. Das ist ja krank. Das war mal krank. Kein Haus. Wir müssen mal der Mauer entlang, sonst wird das hier nicht. Das ist eigentlich sehr, 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 sehr hoch. Oh, hier ist ein Krankenhaus. Ich muss mal gucken. Ich höre einen Zombie. Ich bin ein Frieden. Ja, aber kein. Weiß ich nicht. Natürlich nicht. Alter, ich hab einen Zombie gehört. Ich hab Angst. Scheite rein in vorne. Ja, ich komm da raus, da steht da ein Zombie vor mir. Das ist ein Zombiespiel. Nicht gefunden. Ich mach jetzt Ding. Ich kann mir denn nicht irgendwie... Ich hab jetzt aber auch keine Dose oder irgendwas. Womit wir jetzt mal hier... Hast du grad irgendwas gemacht? Nö. Ich glaub, dann wurde hier grad rumgeballert. Aber weit weg. Ich hab das Krankenhaus durchsucht. Nix. Na, scheiße. Ich hab's hier in der Blutkonserve. Aber die ist leer. Hast du irgendwo, wo man Getränke ausfüllen kann? Da hau ich... Äh, auffüllen kann? Na, hau mal halt mal so eine Brause-Tablette rein. Guck mal, ob du das stammet doch vielleicht irgendwie. Ja, wo... Hä? Brauchst du auch Wasser? Nö. Doch, Brunnen überall. Ich hab was für eine Trinkflasche mit 20%. Ah, komm mal her. Dann hau mal so eine Brause-Tablette rein. Yeah. Ahoi, Brause. Ahoi, Brause. Ich geh mal hier an der Ecke. Hier sind die fetten Hochhäuser. Was ist das, war das Medi raus? Ach, es liegt schon da. Gut. Nimmst dir mal die Brause-Tabletten und steckst dir mal in die Flasche. Steckst du die aber nicht in die Bobbes. Puh. Hey, ich seh hier nur Hochhäuser, ne? Ich bin im Single von Hochhäuser. Hm, hat was gebracht? Hm, nein. Ich hab keinen Dursten mehr, aber... Ich bin immer noch krank. Aber so eine Packung Verbände würde ich mir mal mitnehmen. Mach doch. Was ist denn eigentlich das hier? Dieses Starter-Kit? Ich hab Angst, ich hören da und Zombies. Ja, sei auf. Ja, wenn wir jetzt wissen, wo Crazy ist, keine Ahnung. Ich hab schon wieder Extreme in Hawaii, das geht gar nicht. Ich bin umzingelt von Hochhäusern, wie gesagt. Ich hab hier noch einen Thunfisch. Ja, das kann aber nicht. Das sollen die unbedingt mal runterschrauben. Hab ich dir auf die Straße gelegt. Ich hab ein Gaskanister gefunden. Ich geh mal in dieses Tech-Cabite hier. Guck mal den hier. Ein Red Hoodie. Ne mitz. Hm. Na toll. Ende. Was ist denn ein Gaskanister? Ich hab jetzt eingesammelt. Da stand Gaskanister. Ja, damit kannst du dann Gaslampen und so einmachen. Gaskocher. Ein Kanister. Ja, wo bist du denn jetzt, Crazy? Ja, ich würd gern mal einen Ausgang finden hier bei dem scheiß Haus, wo ich hier drin bin. Ich bin reingekommen, aber jetzt komm ich mir raus. Wo sind die Ausgang? Steppe. Hier. Ne, ich hab nur Hochhäuser. Nur Hochhäuser. Und dann ist der da oben drinnen im Hochhäushaus. Ganz viele Hochhäuser. Da bist du ja von Czerno weggerannt. Na, wie drei? Und wo sind's drei? Eins. Zwei. Ne, ganz, ganz viele. Ganzer Block. Das ist da jetzt da hochgerannt. Ein ganzer Block ist das. Soll ich hin? Da weg. Richtung Czerno. Ja, weg. Toll. Toll. Weg. Toll. Wo hin? Also, ich sehe momentan jetzt ein Gebäude mit einer goldenen Turmspitze. Okay. Nennt dann auch Kirsche. Kirsche ist man. Czerno. Jetzt Czerno da. Siehst du da daneben ein kaputtes Gebäude oder so ein großes Hochhaus? Was? Wie? Wer? Wer? Blue. Hm, also wenn ich jetzt am Kircheneingang stehe, sehe ich ein Gebäude, aber kein Hochhaus. Dann könnte es sein, dass du jetzt in Elektro angekommen bist. Wow. Oder Elektro gibt es eine Kirche? Kein Wärter. Warte mal, wir gehen mal zu der Kirche hier hinten. Mal gucken. Ach, die gibt es eigentlich überall. Ja, aber kann ja sein. Er ist ja die ganze Zeit zugelaufen, wie wir ihm gesagt haben. Ich laufe mal zu der Kirche hin. Also, ich bin in der Kirche drin. Lass die Kirche mal Kirche sein. Wow. Oh. Verband, Verband, Verband. So, jetzt bin ich, glaub ich, wieder in Tscherno. Ja, da laufst du auch mal zur Kirche. Toll. Jetzt gehen wir alle eine Runde beten. Ach nee, das ist ja hier das Rathaus. Tscherno hat ein Rathaus, Kirchen gibt's nur in Kuhdörfern. Nee, Kirche hat's auch. Hm, die, naja, keine Ahnung, war da hinten glaub ich. Weißt du, wo wir jetzt sind, Crazy? Ich bin jetzt hier, ich bin jetzt hier bei dem Tech-Gebäude, steht hier an dem Gebäude Tech, steht da dran. TEC. Ich bin jetzt hier auf dem Platz mit den drei Figuren, die Statuen. War ich da vorhin, da war ich hier hin und irgendwo gelegen. Und da hast du nicht das kaputte Gebäude gesehen, nein. Jetzt gleich daneben. Guck mal hier auf Alpha, das ist das mit den drei, mit den drei Figuren. Ich bin auch da. Und wo seid ihr? Wir laufen jetzt zu den Figuren mal hin. Da bin ich auch gerade. Na dann bist du nicht hier. Mit den drei Figuren. Gibt's da noch einen Platz irgendwo Alpha? Nicht, dass ich wüsste. Du bist direkt jetzt an den Statuen? Ja. Gegenüber sind zwei fette... ...Fahr-Container, richtig? Was sind das? Wasser-Container oder sowas. Was weiß ich, was das darstellen soll. Ne. Und und? Da ist zum Beispiel das eingestürzte Hotel, wo das Flugzeug davor liegt. Ne, ist bei mir nicht. Und Mist. Was ist drin hier? Ich hab Schmerzen, ich muss mich schon ein bisschen setzen. Keine Ahnung, wo ich bin. Warte mal, dann ist das hier vielleicht noch ein Platz. Warte mal, dann ist das hier vielleicht noch ein Platz. Warte mal, dann ist das hier noch ein... Neckt-Po... Weil da war ich ja vorhin. Hä? Da steht irgendwas mit Neckt-Po... sonst was. Ja. Neckt-Robok oder so ähnlich. Da war ich ja vorhin. Die Statue mit den Panzern sehe ich ja.